Servo Fische angeln, Kristalle minen und Bounty spielen. Was ist denn jetzt eigentlich der effektivste Weg, um schnell das maximale Solaris ansehen zu erfahren? Die Antwort lautet weder noch. Heute jagen wir nämlich keine Fische wie für unser Ostron ansehen, sondern mal ein paar Ratten. Alles was wir dafür benötigen ist eine Ivara, welche wir für diese Art des Farms speziell auf Dauer modden und einen Besuch beim Business oder auch Biss genannt. Dort kaufen wir uns nun ein Betäubungsgewehr und einen lilanen Popper Echo Köder. Als nächstes betreten wir das Orbital und rüsten den Köder aus, begeben uns zu der nächstgelegenen Hinterlassenschaft und interagieren mit dieser. Nun folgen wir der Spur des Jagdzieles, bis wir den Rufpunkt erreichen. Dort rüsten wir erneut unseren Echo Köder aus und lassen den Eimer bis zum Ende ertönen. Es folgt das Echo unseres Ziels. Gute Ohren können bereits ausmachen, aus welcher Richtung der Ruf kommt. Anschließend imitieren wir den Ruf des Tieres. Und aktivieren unsere Unsichtbarkeit. Entweder warten wir nun, bis unser Ziel am Rufpunkt erscheint, was einige Sekunden dauern kann, oder wir begeben uns ihm langsam entgegen. Nun wählen wir unseren Schlafpfeil aus, spannen unseren Bogen und betäuben das Ziel. Jetzt schnell alle Tiere aufsammeln und das Ansehen erhalten. Haben wir alles richtig gemacht und einen perfekten Fang vollzogen, so erhalten wir im Durchschnitt zwischen 400 und 800 Ansehen pro Popper. Wichtig dabei ist es, dass unser Schlafpfeil das Ziel direkt trifft. Unsere zweite Fähigkeit Navigator erleichtert das Zielen ein wenig und erhöhte Reichweite, besonders das Einschläfern aller drei Popper auf einmal. Ansonsten wird Abschlussgrad der Jagd nämlich vermindert und folglich auch unsere Belohnung deutlich schwächer. Noch etwas schneller geht es, wenn wir statt Poppern Jagd auf Horasks, Stovers oder Kubrodons machen. Diese müssen jedoch erst einmal freigeschaltet werden. Doch mit etwas Glück findet man in einigen Minuten auch einen Kubrodon in Karnadin, welcher mit ganzen 8000 Ansehenspunkten beim perfekten Fang belohnt. Der Unterschied hier besteht jedoch daran, dass Kubrodons 75% Resistenz gegenüber Warframe-Fähigkeiten besitzen. Folglich betäubt ein direkter Schlafpfeil die kleinen Hündchen nur für ein Viertel der eigentlichen Zeit, welches beim mehrmaligen Anwenden sogar noch weiter verringert wird. Ich hoffe dir hat das Video gefallen und du schaffst es nun auch mit etwas Trickserei deine Plüchee-Sammlung und Ansehenspunkte aufzufüllen. Wie immer bei Fragen, Kritik oder Hinweisen einen Kommentar verlassen, für mehr Warframe-Videos abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Shola Tenno!